Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liada, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie geht das mit deinem Herzensmann weiter? Welche Entscheidung wird er treffen? Er hat noch eine Freundin und du möchtest auch nicht in dieser Warteposition sein. Schauen wir an, erst mal deine Haltung. Entweder ist es wirklich deine jetzige Einstellung zu dieser Beziehung oder sollst du diese Haltung einnehmen. Das zeigt dieses Bild. Und das heißt, diese Höhen und Tiefen und dieser Rückzug, ein Hin und Her, soll aufhören mit einem Schwung. Und wenn du das verlangst von ihm, das was dich zum Sicherheit, Stabilität führt. Es wird nicht sofort sein, dass er Entscheidungen trifft. Du brauchst Zeit, bis ihr erntet, alles. So wie die Früchte brauchen auch Zeit, bis das reif ist, bis das Früchte trägt, bis das essbar ist. So ähnlich ist es in euren Verbindungen. Aber vertrete jetzt schon deine Meinung und du stehst auch so zu dieser Situation, habe ich das Gefühl. Wie sollst du denken oder worüber sollst du nachdenklich sein? Das zeigt hier dieses Bild. Wieder dieses Schwert. Und das bedeutet für dich ein Schwung. Ein Schwung trenne von deinen Ängsten. Wenn bei dieser Wartezeit du Verlustangst hast, das tut dir nicht gut, bleib im Vertrauen. Wenn das wirklich so sein soll, dass ihr zusammengehört, dann kommt ihr auch zusammen. Also trenne dich von Angst und bleib in der nächsten Zeit ihr alleine. Das heißt nicht, dass ihr nicht kontaktieren soll, sondern sag das klar und deutlich, was du willst. Und gehe keine Kompromissen ein. Und noch etwas, weil du hast geschrieben klärenden Gesprächen. Ich mache immer wieder Aufnahmen in meinen anderen Kanal und das heißt Meisterinnen des Kartenlegens über Kommunikation. Und diese Aufnahme heißt, was will er sagen, Kommunikation zwischen Mann und Frau, wo ich auch erkläre, dass die Männer anders kommunizieren als wir Frauen. Und wenn eine Frau sagt zu einem Mann, wir müssen klärenden Gesprächen führen oder wir müssen etwas klären. Großteil der Männer will das nicht. Sie ziehen zurück. Also vermeide diese Sätze, wir müssen etwas klären. Oder wir müssen klärenden Gespräche führen. Weil das kommt nicht gut an bei Männern, sondern versucht es anders formulieren oder spricht es erst an, wenn euch getroffen habt. Weil das kann auch ein Grund sein, dass ein Mann zurückzieht. Jetzt schauen wir an die Verborgenen. Die Geheimnisse liegt hier. Du bist hier die Herrscherin. Und du beherrschst die Situation. Du sollst aber über deine Gedanken und auch über deine Gefühle auch herrschen und erkennen, wirklich erkennen und das auch verinnerlichen. Du bist sein Herzensdame. Du bist hier die Herrscherin. Und jetzt schauen wir, wie steht er zu dir. Und das zeigt dieses Bild. Schau mal hier diese Mäuse an. Diese Mäuse fressen alles weg. Und wenn sie fertig sind, dann ist nichts mehr da. Und wenn nichts mehr da ist, dann fehlt etwas. Und das soll er verspüren, dass du plötzlich nicht mehr da bist. Weil er wird dann Gedanken machen und er spürt das auch. Er hat auch dann Sehnsüchte. Und das soll auch spüren. Entsteht auch Verlustangst. Und ich möchte nicht, dass er Ängste hat. Oder das wünschst du auch nicht. Aber erst dann, wenn du nicht da bist, spürt, was ihm fehlt. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Das sind die Finanzen. Das kann natürlich bedeuten, dass er mit dieser Freundin finanzielle Abhängigkeit hat. Und er muss das erst mal klären. Oder er muss in der nächsten Zeit um die Finanzen kümmern. Aber bedeutet auch Werte. Und Wertschätzung. Und hier im bewussten Ebene ist es ihm wirklich bewusst, welche Werte du hast in seinem Leben. Genau das, was dir zeigt dieses Bild. Du bist die Herrscherin. Also er zeigt auch diese Wertschätzung dir gegenüber. Vielleicht hat er auch diese Erwartungen. Und jetzt seinen Verborgenen zeigt dieses Bild. Und das heißt der Tod. Das hat mit Todesfall nichts zu tun, sondern das bedeutet Trennung. Er wird trennen von seiner Freundin. Und hier dieses Bild in der Mitte, was euch verbindet, das ist die Nacht. Das ist die Nacht. Und so wie diese zwei Eule. Ihr seid so nah zueinander. Und in der Nacht kommen dann die Gedanken und Gefühle und Sehnsüchte. Und kann sogar bedeuten, dass ihr miteinander auch seelische Verbindung habt. Und ihr spürt euch auch. Und das ist nicht einseitig, sondern diese Sehnsüchte hat er aber auch. Und das, was hier dann auch glückversprechend ist, das sind hier diese Sterne. Und die Elefanten symbolisieren mindestens mal in indischer Mythologie Symbol für Glück. Also ihr habt auch Glück und ihr werdet auch glücklich sein. Und wir klären auch die Gefühle. Und dazu habe ich Gefühlsklärerskarten. Und das entspricht seinen Gefühlen. Und das lese ich dir auch mal vor. Ich bin der traurige Sehund. Ich bin voller Trauer und verzweifelt. Ich fühle mich verlassen. Ich brauche dringend Hilfe. Wenn du nicht da bist, ist er traurig. Er fühlt sich alleine und verlassen. Aber er muss das auch mal erleben, damit er Entscheidungen trifft. Liebe Liadar, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Alles Gute und alles Liebe von Dendera.